Reifen, Reifen und noch mehr Reifen. Mittlerweile gibt es ein riesiges Angebot an unterschiedlichsten Reifen für die ganzen Einsatzzwecke im nur Mountainbike Bereich. Verschiedene Karkassen, Laufradgrößen, Gummimischungen, dann natürlich Profile, Dirt, Cross Country, Pump Track, Enduro, Trail, All Mountain, Downhill, E-Bike. Wir sollen da noch durchblicken, für den Otto Normalverbraucher einfach nicht mehr möglich. Deswegen helfe ich dir jetzt dabei, deinen optimalen Reifen für deinen Einsatzzweck zu finden. Cheers guys! Okay, gut, fangen wir an, das Ganze ein bisschen aufzugliedern. Thema Nummer 1, die Karkasse des Reifens. Danach sollte man immer als erstes schauen. Das hängt davon ab, wie schwer man ist und wie wild man unterwegs ist, sei es von der Fahrweise, aber auch von den Trails. Denn die Karkasse, die Seitenwand des Reifens, ist die Stärke des Reifens. Je dicker diese ist, desto mehr Schutz hat man gegen Durchschläge und halt eben Aufschlitzungen von spitzen Steinen. Heißt, bei Maxxis gibt es jetzt verschiedene Karkassen. Wir fangen an fürs Pump Track fahren. Dafür nehme ich eine ganz, ganz dünne Karkasse, die sogenannte Silkworm. Als nächstes geht man dann hoch in den Exo-Bereich. Das ist ein bisschen, ja, mehr Protection. Wird viel im Cross-Country oder Light Trail, also ganz leichte Trails, Flow Trails verwendet. Als nächstes würde man hochgehen in den Exo-Plus-Bereich. Hier haben wir dann quasi, ja, leichtes Enduro, Enduro-Fahren, aber hängt auch davon ab, wie schwer man ist. Wenn man jetzt schon ein schwerer Fahrer ist, würde ich das nicht empfehlen. Eher leichter, also bis zu 70 Kilo und nicht allzu wilde Fahrweise, kann man damit auch Enduro-Trails fahren. Dann gehen wir wieder eins hoch. Wirklich harte Enduro-Trails, viele Steine, schon krasse Fahrweise und auch tendenziell eher ein höheres Körpergewicht. Dann geht man auf die sogenannte Double-Down-Version. Hier hat man natürlich dann schwereren Reifen. Also je dicker die Karkasse ist, desto schwerer auch der Reifen, aber desto mehr Handschutz. Und dann das Non-Plus-Ultra, wäre die sogenannte Downhill-Casing. Verwende ich zum Beispiel jetzt gar nicht, weil es einfach für mich zu schwer ist. Und ich bin ein sehr, sehr leichter Fahrer, habe zwar einen wilden Fahrstil, aber ich habe zum Beispiel auch keinen Downhiller, den ich benutze. Und man muss natürlich auch immer bedenken, je schwerer der Reifen ist, desto mehr hat man rotierende Masse. Und rotierende Masse ist das, was man antreiben muss. Und wenn man Enduro fährt, also eben auch Touren, kostet das einfach mehr Power. Aber was auf Dauer natürlich Energie kostet und an der Energie zehrt. Zusammengefasst, Dirt oder Pump-Track kann man die niedrigste Karkasse nehmen. Cross-Country, Einstiegskarkasse, Exo-Protection jetzt im Maxis-Fall. Als nächstes kann man dann wählen für Enduro oder Trail, Exo-Plus oder Double-Down. Ich mache mir davon abhängig, bist du eher so auf Home-Trails, jetzt hier in Deutschland unterwegs. Oder geht es dann schon in Richtung zum Beispiel Finale Ligure ans Meer, an die Küste. Wirklich krasse, steinige Strecken. Dann würde ich eher auf die Double-Down-Version gehen. Beziehungsweise, wenn man ein sehr schwerer Fahrer ist oder mit einem Downhill-Gerät unterwegs ist, dann auf die Downhill-Karkasse. Thema Nummer 2 und das wohl Interessanteste. Und zwar, welches Profil nehme ich für welchen Einsatzzweck? Fangen wir an, gehen von oben nach unten. Im Downhill-Bereich ist es so, also da bin ich selber ja nicht so viel unterwegs, aber da ist aus Erfahrung von Maxis wieder am meisten der Maxis Essergei gefahren. In der 2,5er Breite und mit einer Max-Grip-Mischung. Die Mischung sagt quasi darüber aus, wie griffig und weich der Reifen ist. Max-Grip ist die weicheste Mischung. Dementsprechend am meisten Grip klebt am meisten. Bisschen mehr Rollwiderstand, aber das Wichtigste auch der höchste Verschleiß. Also für Leute, die halt nicht irgendwie, also wenn sie die ganze Zeit Bikepark ballern, jede Woche einen neuen Reifen aufziehen wollen, würde ich eher eine härtere Mischung, die Max Terra, empfehlen. In der Regel wird im Downhill-Bereich dann vorne der Essergei gefahren, hinten auch oft Essergei oder der Minion DHR 2. Der in der 2,4er Breite und da dann auch Max-Grip-Mischung für Leute, die ein bisschen mehr sparen wollen am Profil oder das halt nicht so oft Reifen wechseln, würde ich Max Terra empfehlen. Das wäre auch so meine Variante, wie ich sie einfach im Downhill benutzen würde oder eben Essergei vorne, Essergei hinten. Kommt der Faktor Wetter jetzt natürlich ins Spiel, dann hätten wir einmal den Shorty noch, was man aufziehen könnte, auch im Downhill-Bereich. Also wir sind immer noch im Downhill-Bereich. Shorty wäre, wenn es so, ja, ziemlich loose wäre, aber noch nicht richtig pumpig, denn wenn es pumpig wäre, den Reifen habe ich jetzt nicht da, würde man den sogenannten Wet Scream nehmen. Der Wet Scream ist einfach von den Stollen nochmal wesentlich spitzer und auch länger, kann sich noch mehr in den Boden reingreifen, dementsprechend mehr Grip und der säubert sich natürlich auch schneller. Shorty ist zum Beispiel jetzt für mich, wenn wir in die Enduro-Kategorie runtergehen, mein Reifen, wenn es darum geht, wenn ich ein Matschrennen habe oder eben im Winter fahre. Mein Enduro-Reifen im Trockenen, vorne ist der Essergei, eigentlich wie gerade im Downhill, ich fahre den in der 2,5er Breite, Max-Grip-Mischung vorne. Vorne ist der Reifenabrieb nicht so groß wie hinten, weil hinten blockiert das Radteil eben öfters und mehr beschleunigt da auch. Und genau, Double-Down-Casing, einfach ein bisschen schwerer, aber dementsprechend auch mehr Protection an der Seitenwand, an der Karkasse. So, hinten dann fahre ich eigentlich immer den Minion DHR 2, hier auch in der Double-Down-Karkasse, also ein bisschen dicker wie einfach Exo oder Exo Plus, weil ich einfach ziemlich wild fahre, schnell fahre und natürlich auf relativ, ja, harten Trails, wie zum Beispiel im Final-Liguro unterwegs bin mit vielen Steinen, da brauche ich die Sicherheit und fahre hier aber jetzt Max-Terra-Mischung. Denn, wenn ich beim Enduro unterwegs bin, dann müsste ich die ganze Zeit, also da fahren wir ja viele Kilometer, so oft Reifen wechseln wegen der Super-Soft-Mischung, also dieser Max-Grip, ja, das ist einfach nicht möglich und der Rollwiderstand ist natürlich auch ein bisschen höher. Deswegen hinten gehe ich auf Max-Terra. Hätten wir jetzt Matsch, dann würde ich vorne, wie gesagt, den Shorty fahren und hinten den Asser-Guy aufziehen. Der ist dann zwar ein bisschen massiver insgesamt, aber er kann sich auch einfach besser säubern wie der Minion DHR 2. In diesem Fall würde ich dann auch auf eine Max-Terra-Mischung gehen. Event-Trail, wenn Rennen ansteht, auf die Max-Grip, weil er da einfach auf, ja, Wurzeln und nassen Stellen von der weichen Mischung wirklich noch ein bisschen besser sich reingreifen kann und, ja, schon richtig klebt. Also es ist schon richtig bappig hier, ist geil. Nächste Kategorie, das Trail- oder All-Mountain-Bike. Fahren hier auch viele einfach ein bisschen leichtere Trails, Float-Trails und halt nicht so das ganz krasse Geballer. In dem Fall nimmt man ein bisschen Reifen, die auf jeden Fall leichter sind. Hier die EXO-Plus-Variante, aber natürlich auch abhängig vom Fahrer- bzw. Gesamtgewicht. Ich als jetzt leichter Fahrer kann auf entspannten Trails für mein Trail-Bike jetzt EXO-Plus auf jeden Fall nehmen und nehme hier den Minion DHF. Der DHF ist, ja, als Trockenreifen gepriesen, aber ist auch, ja, wenn es leicht feucht ist, noch ziemlich gut. Er hat ziemlich flache, große Stollen und generiert dadurch einfach eine super Auflagefläche und mega viel Grip. Ich bin im Frühjahr, bevor der Asse-Guy auf den Markt gekommen ist, eigentlich nur gefahren. Ist ein mega geiler Reifen. Er kündigt sich super gut an, bevor er ausbricht. Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich den Reifen auch einfach kontrollieren kann und weiß, okay, jetzt hört der Grip auf. Und genau, 2,5er Breite und hinten kommt dann wieder mein Minion DHR 2 ins Spiel. Hier in dem Fall dann 2,4er Breite und Max Terra-Mischung. Genau, von der Karkasse vorne als auch hinten beim Trail-Bike nehme ich EXO-Plus. Cross-Country fassen wir ein bisschen kürzer, bin ich einfach nicht so unterwegs. Da könntet ihr von Maxis zum Beispiel vorne einen Icon nehmen und hinten einen Aspen. Ist natürlich auch abhängig davon, wie ist das Wetter. Aber das würde ich erstmal eher kurz halten, weil die Zielgruppe von dem Video ist eher Trail, Enduro, Downhill und Dirt bzw. Pump-Track. Und da kommen wir jetzt dazu. Fangen wir mit den Dirt-Jump-Reifen an. Hier setze ich auf einen Maxis Icon mit EXO-Protection. Also der ist schon relativ dünn, also auch schon wabbeliger wie der Double-Down vorhin der Asse-Guy. Und hier jetzt interessant nicht eine Max Terra, sondern die Max Speed-Mischung. Max Speed ist ziemlich hart, aber dementsprechend auch den niedrigsten Rollwiderstand. Und genau, der Icon hat leichtes Profil, ist ziemlich leicht auch insgesamt. Und ja, beim Dirt-Jumpen ist halt wichtig, dass man trotzdem auf der Erde noch ein bisschen Grip hat, aber auch einen Reifen, der schnell rollt. Weil hat man hohen Rollwiderstand, würde da einen Enduro-Reifen aufziehen, dann schafft man es einfach nicht über die Hügel. Und natürlich die rotierende Masse wird höher. Das heißt, wenn ich Tricks mache oder mein Rad drehen möchte, bei allen Rotationen, wird das wesentlich schwieriger. Jetzt das letzte wäre Hump-Track. Hier bin ich sehr gespannt. Ich bin da auch die ganze Zeit den Icon gefahren. Aber dieses Jahr ein neuer Reifen für mich, der Maxis DTH. Ist im Endeffekt ein, ja, slick Reifen schon fast. Also ein sehr, sehr glatter Reifen mit, ja, schon fast Straßenprofil. Man kann den auch beim Dirt-Bike fahren. Dann muss der Trail, beziehungsweise die Jumps müssen dann aber sehr fein geschaped sein. Wenn da ein bisschen, ja, loose, staubig ist, dann rutscht man ziemlich schnell weg. Jetzt aber für das Pum-Track ist es halt ein super schneller Reifen. Er hat eigentlich gar keinen, fast gar keinen Rollwiderstand, weil er keine hohen Stollen hat. Kann sich super an den Asphalt anschmiegen, hat einen hohen Grip und ist sehr, sehr leicht. Also er hat die dünnste Karkasse, nicht mal exo und wiegt fast gar nichts. Den werde ich vorne und hinten montieren. Und da gibt es demnächst dann auch nochmal einen Test, wie der besser rollt im Vergleich zum Icon. Letzter Punkt, Punkt Nummer 3 ist das Wetter. Ich hatte es ja schon teilweise ein bisschen angesprochen, jetzt wo ich genauer auf die Reifenprofile eingegangen bin. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn es trocken ist, muss man schauen, dass man einen Reifen hat mit Stollen, die halt eben sich mit einer großen Fläche auf den Boden anschmiegen. Hat man eher, also trocken und hart meine ich damit. Wenn man jetzt so, ja, loose und so ein bisschen loamig hat, das heißt eigentlich geiler, griffiger Boden, dann brauchen wir Stollen, die sich stark reingraben können, sich ja noch gut säubern, aber es ist ja nicht so babbig, der loam, sondern es fliegt ja eigentlich recht schnell weg. Aber es ist auch noch nicht zu tief reingraben, weil sonst ist der Rollwiderstand einfach zu hoch. Und als letztes wäre dann Matsch, also wirklich richtiger Matsch, der klebt. Da braucht man wirklich einen Reifen, der weit in den Boden reingeht, da die oberste Schicht vom Matsch natürlich immer sehr, sehr rutschig ist. Wir wollen, dass wir uns richtig wie so Spikes reingraben können. Und der Reifen sollte vom Profil her große Abstände zwischen den Stollen haben, dass wenn der Reifen sich dreht, der Matsch wegfliegen kann. Dementsprechend ist der Reifen wieder sauber und die Stollen können sich reingraben. Heißt im Endeffekt, wenn der Reifen zu ist mit Matsch, dann wäre es wie ein Slick und dann ist es vorbei mit dem Grip. Genau, das sind so die drei Hauptpunkte. Ich komme jetzt gleich nochmal zu einem Fazit und fasse für euch alles nochmal kurz und prägnant zusammen. Also für jede Bike-Kategorie meine Empfehlung. Für Dirt bzw. Pumpdrag, diese Kategorie nehmen wir zusammen, würde ich vorne als auch hinten den Maxxis Icon in der Exo-Protection, also dünne Protection nehmen, mit einer Max-Speed-Mischung vom Grip her. Heißt eine relativ harte Mischung. Dadurch habt ihr einen sehr geringen Verschleiß, einen schnell rollenden Reifen, pumpt ihn hart auf, dann könnt ihr super gut damit auch Dirt springen. Auch wenn es mal ein bisschen nass, feucht ist, habt ihr optimalen Grip und er rollt trotzdem noch super schnell. Gehen wir in die nächste Kategorie, All-Mountain bzw. Trail-Bike. Hier wollen wir einen Reifen, der relativ leicht ist, aber trotzdem noch ein bisschen was abkann. Wenn wir jetzt im Trockenen unterwegs sind bzw. ein bisschen feucht, aber nicht der Mega-Matschfahrer, würde ich vorne den Minion DHF und hinten den Maxxis DHR in Exo-Protection wählen. Vorne würde ich dann eine Max-Grip-Mischung hinzuzügen und hinten die Max-Terra, dass wir vorne einfach schön Grip haben und hinten kann es schnell rollen. Wenn es jetzt schlammig sein sollte oder man sich noch einen extra Reifen für den Schlamm holt, dann kann man hier auch auf den Maxxis Assegai zurückgreifen. Damit kommen wir dann auch schon zum Enduro-Sektor. Und hier ist eigentlich wirklich mein Favorit vorne der Maxxis Assegai. Egal ob trocken, leicht lohmig, bisschen matschig, ich fahre den fast das ganze Jahr. Hier in einer Double-Down-Version, also ich möchte wirklich viel Pantschutz haben und hinten kommt der Maxxis Minion DHR wieder zum Einsatz, auch in einer Double-Down-Variante. Vorne beim Assegai auf jeden Fall Max-Grip, ich möchte super viel Grip haben. Hinten nehme ich Max-Terra, weil sonst einfach der Reifenverschleiß für mich zu hoch ist und der Rollwiderstand bzw. das Rollvermögen von dem Reifen, wenn ich trete, besser ist. Der klebt halt nicht so krass am Boden. Wenn es jetzt richtig matschig wird, dann ziehe ich vorne den Maxxis Shorty auf in der 2,5er Breite, auch mit Double-Down-Pantschutz und Max-Grip-Mischung. Die letzte Kategorie wäre jetzt Downhill. Hier würde ich zurückgreifen auf den Maxxis Assegai in der Downhill-Casing, vorne in Max-Grip und hinten auch Downhill-Casing Maxxis Assegai in Max-Terra bzw. wenn ich wirklich auf Racing gehe, dann auch Max-Grip. Weil back up ist der Rollwiderstand nur bedingt wichtig, wir müssen ja nichts hochtreten, da es eher, wer länger, den Gashahn offen lässt. Als Alternative könnten wir noch nehmen für ein bisschen schnelleren Reifen, den Maxxis Minion DHR 2. Wenn es hier dann matschig wird, dann gehen wir tatsächlich auf den Wetscreen vorne als auch hinten hier in der Max-Grip-Version. Das war jetzt viel geredet, aber ist halt auch einfach ein Thema, wo man viel drüber reden muss. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Ordnung reinbringen und Empfehlungen abgeben, was wirklich gut ist, was empfehlenswert ist. Ich bin super zufrieden mit der Reifenwahl, also das sind eigentlich so meine Reifen, die ich aus dem ganzen Riesenpool rausgenommen habe und die fahre ich eigentlich so gut wie immer. Ich mache da nie so große Experimente, ich probiere mal den einen oder anderen aus, aber das ist so eigentlich meine Bank mit meinen Spielen. An der Stelle jetzt mein großes Interesse, welche Reifen fahrten ihr? Was fahrt ihr vorne, was fahrt ihr hinten? Fahrt ihr auch Maxxis? Fahrt ihr eine andere Marke und warum? Lasst mich einfach wissen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich geholfen, lasst mir einen Daumen nach oben da und gebt meinem Kanal ein Abo, das hilft mir wirklich sehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheers, euer Jordi.